Para mit Laservisier, das ist auch so sinnvoll, ja, äh, mit Laser, mit Ziellaser, das ist so sinnvoll, ja. Oh, die stehen hier vorne! Graust du ja nicht mal raus. Nee, weil ich nur noch 9 HP habe, je... Ja, sorry, ich hab dich einmal getroffen. Ja, ganz toll. Oh, Riki. Da lädt er schon wieder nach, ey. Ich weiß, ich hab's bei 100 Schuss, aber sicher ist sicher. Manchmal schlucken ganz schön viel. Nice, Bocke. Schlucken mit Leidenschaft. Hab ich euch jetzt noch was abgezogen? Ja, du schluckst mit Leidenschaft, Headshots. Er hasste 3 HP. Das war ein Doppel-Headshot bei ihm gerade, ne? Meine Kugel ist gleichzeitig in den Kopf rein. Oh, ich hab gehofft, dass er mich nicht so gut trifft. Hab ich dich gut getroffen? Ja. Was? Gitterweise. Hast du ihn auch angeschossen? Ja, und Riki, ein Ausgub. Gib mal das Ding da her. Was? Ist das eine? Ja, ja. Was, meine Para? Ohne Scope ist die fein' ein Arsch, ey. Hast du dich nicht rausgetraut, ne? Oh, von hinten! Ne, von vorne. Ich war vor dir. Ja, hab ich dann auch mal gesehen. Ja. Was? Ich zähl genau auf den drauf. Feuer, 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 Feuer. Ich bin echt, das springt auch ran. Aber nein. Wer bist du? Oh, Tee. 3 HP. Okay. Danke für die... Danke. Was denn? Au! Da, da, au! Pass auf, hinter dir! Ah, nee. Ey, Broti. Was für Broti? Ich hatte gerade einen geilen Lauf, wa? Ich finde es aber dämlich, dass der Schuss nicht mehr ankommt, wenn du stirbst. Ja, ich auch. Und ich wäre ja gerade tot gewesen. Ich bin... Ringel dich! Ringel euch alle. Oh, scheiße! Oh, ich hab dich auch noch getroffen. Das ist gut. Ja, ich hab mich selber gekillt. Den Kill kriegst du gutgeschrieben. Loll. Den kriegst du nicht gutgeschrieben, ne? Natt? Nein. Hab's mal entschärft. Ohne, meine ich. Du hast beide meine Babys gekillt. Ach, geil. Und ich geh auch noch beide. Das war Riki. Eindeutig, Riki. Wieso? Para? Nein, das war nicht die Para. Was war die andere? MP5. Echt? Das ist aus wie eine Para bei mir. Ah, fuck. Ich hab's hoch. Glaubst du es mir jetzt? Ich hab dich gerecht. Ey, Brody, ich hab was für dich. Wenn ich irgendwann mal zu dir hinkomme. Jo, wacht bei mir voll das Level rum. Baut sich das ab. Nice. Ah, fuck. Da war ein Riki. Oh, liegt auf wahr. Kann das sein, dass ich irgendwie annähernd die einzigste halbwegs Gefahr für euch bin? Nein. Nö. Oh, ne, ich seh schon, ihr auch. Bitteschön, Brody. Vorlage und so. Dafür, dass ich als letzter irgendwie jemanden gekillt hab? Ah. Naja, abhauen und dann aus dem Hinterherd die Raketen schießen, das sind so. Mephisto. Weniger Fisten. Halt auf. Fuck. Stehen sie alle drei da drin. Wo drin? Unten im Keller. Machst mir Angst. Porno-Killer, verstehst du? Orgier und so. Ach. Sind weg. Alle drei? Da kommt noch was. Ne, da kommt noch was. Oh, Gott sei Dank. Der tat weh, verdammt nochmal. Was, Pumpkan? Ja. Au! Oh, bitteschön. Der ist weggeauft. Ach, scheiße, mit nem Nachladen. Und an Mülltonnen is'r. Warum hält er nicht einfach die Klappe, weißt du? Weil's nicht jetzt und da ist, aber nein. Fuck! Spotschutz! Alter! Wer ist das? Der auch ist da. Pass auf. Oh. Wie viel hattest du noch? Nicht viel. So behinderte. Gut Nacht. Weil ich hätte eigentlich jedes Mal voll dein Kopf aber schon müssen. Also was heißt, was raus ist... Fuck! Ich hatte noch 100! Hinter dir, Wookie. Merkt. Ist aber nicht mehr hinter mir. Herr Maus, die Snips, die killen One-Shot. Ja, die nochmal nicht. Siehste? Mal nicht. Aber Riki hat nicht mehr viel. Du musst halt die richtige Stelle treffen, dann trifft sie One-Shot, ja. Ach, voll verzogen fünfmal, ey. Ich mach's doch meistens so, dass ich Snip und Pistol als Switch-Waffen hab. Mit der F-Taste. Ist einfach sinnvoller. Weil Snip anhippt und Pistol beenden. Oder Snip eigentlich fast tot hauen und Pistol macht tot. Ist mir der ersten Snip echt unerlässlich. Ich mach's doch nicht. Ach, Riki. Riki, komm zurück, da ist nur ein Brote, der auf dich wartet. Ach, beim Nachleim. Der wartet nicht mehr. Oh, fuck, der kann den Schuss nicht mehr raus. Versagt, da bin ich. Du bist doof. Läuft das richtig. Hör nochmals, Rafaell-Ölner-Löschung. Ich habe dich noch nie in meinem... Keine Leute, ich hab noch 100 HP, ja. Aber wenn Schuss nicht mehr rauskommt. Nein! Ei, 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 ei! Nein! Zwei Bluteigen, ach ja. Ich hab nur noch vier. Brody, Brody! Weiß! Hättest du in dem Moment nicht deine Sniper weggepackt, hättest du mich voll abknallen können. Ich bin voll hängelnd in meinen Kästen. Ja, und dann kommt er mit dem Raketen. Hätt ich ja. Muss er schon mal einen Vergleich machen, ne? Ich hab heute den größten. Du hast Raketen, das ist alles. Wie er die Beine in den Händen nimmt, Junge. Tschüss. Ja, aber erstmal flüchten, ja? Aber ich denke mal, das wird so zu böser, wenn das Ding von hinten kommt, oder? Ja. Vor allem, was willst du machen, wenn da einer so verrückt mit Dauerfeuer um die Ecke kommt? Hallo, Agfari! Oh, stimm endlich. Wie gesagt, ich denke mal, gerade in so einem Gang hört sich das echt böse an. Wenn da so ein Ding auf einmal von hinten losknallert. Ich bin nicht nur so gut in Zielen, aber in Nahkampf bin ich mit solchen Waffen unschlagbar. Brody, du warst mir gerade voll im Weg, um Ricky zu killen. Los, Riccarda! Du bist Robin, ich habe dich gewählt! Ah, toll. Brody, du warst mein Todesurteil, weil du im Weg standst. Wie gesagt, beide umgefallen, von daher... Ja, ich hätte nicht gehabt. Im Brot ist mir voll reingerannt. Scheiße, glännte Teile, ey. Riccarda, die hat ihre Arbeit gut gemacht. Yay! Riccarda! Gute Nacht! Gute Nacht! Ich denke, dir erst mal schlafen wirst. Übermütig. Die Lichter sind auch von außen aus. Wie, der lebt noch! Nö! Wie, der lebt noch! Ich muss reingeworfen, will ich nichts gemacht. Ich sollte mit dem Ding echt nicht Knowscope schießen Ey, der einzige, der die flachlegt, bin ich Jetzt geht's los hier, Alter, hallo Bisschen mit den Hüften schwingen Oh, danke Brudel Ja, hast du deinen Krampf? Hat sich gerade erledigt Das war Wooten, Alki, der mich gekillt hat Leck mich am Arsch, ich hab dich Das war wirklich weh, das war eigentlich nicht Ja, weil am Arsch lecken will ich dich trotzdem nicht So, hat sich erledigt Das macht mir weiter drauf Harry, ich übernehme das gerne für dich Mit so'n Pony und so WAH! HA! BABABAM! Double Kill! Tag Team Arbeit Das kann nur Frau und Mann Hihihi Ich geh jetzt rotz die Flachlegen Richtig alle Flachlegen ist mir egal Hast du gerade noch Spawnshots? Wookie? Hm? Hattest du eben noch Spawnshots? Nimm's an, hab noch 100 Ich hab ein halbes Magazin nicht reingeknallt Oh Rikki, du bist auch fast tot Oh Rikki, du bist auch fast tot Hihihi Ja, hast recht I love it Am Anfang kam ich auf die Snippe überhaupt nicht klar, ne? Auf die erste? Auf die zweite und auf die erste Ah Rikki kommt da auch noch Wo ist er denn? Hier bin ich! LOL Flick der Schuss einfach mal durch die Rübe durch Alter Alter Achtung Oh, sei froh, dass ich schon nichts mehr viel hatte Ich hab mein Weibchen verteidigt Ach Rikki Musst du ihm den Arsch retten Nein, muss er nicht, ich kann doch nur Oh, da war noch ein zweiter drin Schwul Danke Broti Er war eng Eng? Ganz eng? Au Hab den Punkt gefunden, wo ich hinschießen muss Mhm Er Rikki, du Feigenuss Jetzt musst du wieder auf deinen Sprint warten, wa? Nö, brauch ich nicht Was machst du da unten? Hallo? Wieso warte ich auf meinen Sprint? Ich warte überhaupt nicht auf meinen Sprint Ich warte überhaupt nicht auf meinen Sprint Dauert viel zu lange zum Aufladen Dass ich darauf warten würde Wenn er kommt, kommt er, wenn nicht, dann nicht Oh, glaub mir Ging's jetzt gerade LOL Alter Ey, ich schieß ihm noch in den Fuß Und du messest ihn in dem Moment, ne? Geiler Abschluss, Wookie Okay Die scheiß Snipp, Alter Freu dich, wenn du so Durst hast hier den Nächst Die ist richtig episch Ich glaube, ich geh mal zum Warfilm langsam Ähm Gott, wie addest du mich in Steam? Was? Ob du mich in Steam addest Edit du mich doch Ich finde doch kein Schwein